Peter Heinrichs, einer der führenden Anbieter von Pfeifen, Zigarren, Spirituosen und Zubehör mit Niederlassungen in Köln und Bergheim. Die Auswahl an Pfeifen reicht von bekannten Herstellern bis zu fein gemaserten Einzelstücken aus Brügerholz und Meerschaumpfeifen. Tabak, Feuerzeuge, Aschenbecher und Lederwaren dürfen nicht fehlen. Unsere Spezialität Zigarren aus der Karibik. Peter Heinrichs führt eine La Casa del Havano mit der größtmöglichen Auswahl an kubanischen Zigarren. Dazu gibt es Rum und Whisky, Wein und Sekt. Im gehobenen Ambiente bietet Peter Heinrichs auch Pfeifen- und Zigarrenseminare an, sowie Smokertreffs und Sonntagsfrühstücke in Bergheim. Einer der führenden Anbieter von Tabakwaren in Deutschland und eine weltbekannte Marke. Peter Heinrichs Genuss und Lebensart seit 1908